Mit der ADAC Campcard kannst du noch einmal so richtig auf teilnehmenden Campingplätzen und Stellplätzen sparen. Wir zeigen dir, wo du die Campcard in der App findest und wie du diese registrierst. Klicke hierfür oben links auf die drei Striche. Im Menü befindet sich an zweiter Stelle die ADAC Campcard. Diese musst du ganz einfach mit deinem Vor- und Nachnamen registrieren. Bitte achte darauf, dass die Angaben mit deinem Ausweis übereinstimmen. Wenn du möchtest, kannst du dich auch gleich für den Newsletter registrieren, um spannende und inspirierende Tipps zum Thema Camping zu erhalten. Klicke dafür auf für den Newsletter anmelden oder überspringe, wenn du dies nicht wünschst. Wenn du dich für den Newsletter registriert hast, bekommst du im Anschluss noch eine E-Mail, die du bestätigen musst. Und schon ist deine Campcard registriert. Um deinen Campingurlaub direkt aus der App zu buchen, gibst du in den Suchkriterien dein Reisedatum ein. Wenn du deinen Campingplatz gefunden hast, klickst du auf Online reservieren und wirst direkt auf unser Buchungsportal pincamp.de weitergeleitet. Vergiss nicht, im Buchungsverlauf oder anschließend den Campingplatz zu informieren, dass du im Besitz einer Campcard bist. Den Rabatt erhältst du dann vor Ort. Wir wünschen dir bereits eine tolle Campingsaison.